Hallihallo, schön, dass du da bist. Ich bin die Lilly von Annes Stempel Design und in diesem Video zeigen wir dir den Monatsstempel August 2024 im Detail. Den Monatsnamen August und im August haben wir ganz sicher sonnige Freude. Im August sind einige im Urlaub, dann passt der Stempel, jetzt ist mehr Zeit. Und wer am Seeurlaub macht, der Stempel Seenliebe. Die Seeliebe passt perfekt für die Craft Emotion Stanze mit den abgerundeten Ecken. Auf die längliche Stanze mit abgerundeten Ecken passt der Stempel, auf die Räder, fertig und los. Ebenfalls auf eine Stanze passt der Stempel Ausflug auf zwei Rädern. Passend zum Ausflug auf zwei Rädern gibt es dieses Icon. Geht auf eine 1 Inch Kreisstanze. Und wer keine Mountainbike fährt, der stempelt dieses Fahrradzeichen. Kannst du super auf Layouts und Minialben zum Dekorieren verwenden. Wer lieber wandern geht, anstatt Fahrrad fahren, der stempelt den Wanderschuhabdruck. Der nächste Stempelspruch passt nicht nur super auf Layouts, sondern auch auf Geschenkverpackungen. Macht Momente besonders. Ja und manchmal, es ist zum verrückt bleiben. Auch im positiven Sinne, wenn es total verrückt ist, dann soll es auch so bleiben. Wenn wir mit der Familie unterwegs sind oder ein Familienfoto haben, dann passt Familie heute, morgen, immer. Auf jeden Fall gilt langweilig, keineswegs. Wir könnten ja ein Gartenfest veranstalten und dann kommen vielleicht spontane Gäste. Mit denen werden wir die Feste feiern, wie sie fallen. Wenn wir im Urlaub sind, haben wir eine Erholung der Extraklasse. Und sagen, endlich da, wenn wir angekommen sind. Und dann heißt es Alltag raus, Abenteuer rein. Im August gibt es diesen tollen Pfeil, den du auch verlängern kannst, wenn du zum Beispiel ihn mehrfach hintereinander stempelst oder einfach die Linien weiter ziehst. Urlaub mal anders. Geht natürlich auch. Wenn wir am Lagerfeuer sitzen, herrscht bestimmt Lagerfeuerromantik. Im August gibt es ein paar kleine Schriftzüge und zwar Sonnenbaden, Hashtag Unperfekt, Paradiesisch, Mach was du liebst und super für das Journaling. Kurz und knapp. Auf dem Monatstempel August gibt es wieder einen Klecks. Ein super Text. Einfach mal fast nichts tun. Und wir beobachten ein spektakulärer Sonnenuntergang. Denn dafür gibt es keine App. Auch keine App gibt es für einfach mal abhängen. Passend dazu gibt es auf dem Monatstempel August 2024 als Motivstempel diese Hängematte. Wenn du diese Hängematte mit dem Endlosstempel Tropenblätter kombinierst, kannst du so eine tolle Karte kreieren. Dazu den Text einfach mal abhängen und den Klecks gestempelt. Eine coole Kartenidee, die du auch als Einladung zum Gartenfest erweitern kannst. Auf dem Hintergrundstempel Tropenblätter gibt es den Text sommerliche Grüße. Mit dem kannst du auch deine Urlaubspost dann verschicken. Das war der Monatstempel August 2024 im Detail mit insgesamt 27 Wort- und Textstempel, den drei Icons, einem Pfeil und Klecks und die Hängematte als Motivstempel. Der Monatstempel ist wie immer limitiert und wird nicht nachproduziert. Der Monatstempel einzeln kostet 26,90 Euro zuzüglich Versand. Im Abo kostet er nur noch 21,90 Euro zuzüglich Versand. Und wenn du wissen möchtest, wie das Abo funktioniert, dann schau dir das Abo-Erklärvideo an. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Video. Tschüss!